Willkommen meine Freunde zu einem neuen Video. Noch 65 mal schlafen, dann kommt Animal Crossing New Horizons. Ich habe mir mal den E3 Trailer sowie das E3 Trihaus Gameplay angeschaut und möchte mit euch heute über Animal Crossing New Horizons reden. Weiter geht's nach dem Intro. Zum ersten Mal in Animal Crossing landen wir auf einer Insel und nicht in einem Dorf, was schon aufgebaut ist, sondern in einer Insel, die wir von Scratch auf aufbauen können. Wir kommen da nicht mit dem Zug an, sondern mit den guten Dodo Airlines, landen wir dort da und werden von Tom Nook begrüßt. Tom Nook ist das Gesicht von New Horizons und auch sein Neffe Timmy und Tommy sind mit am Start. Tom Nook begrüßt uns auch und wir erhalten dann eben auch dort unser Zelt, was wir in dem Inselmitte platzieren können. Und der gute Timmy oder Tommy, ich glaube es ist Timmy, hat schon mal eine Funktion, wo wir nämlich Sachen kaufen und verkaufen können. Welche Funktion Tommy übernimmt, ist mir noch nicht so ganz klar, konnte ich nicht rausfinden. Wenn ihr es wisst, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Wenn man sich die Karte anschaut, wo man landet, dann sehen wir, dass natürlich die Insel umgeben von Wasser ist. So ist es halt bei einer Insel, logischerweise. Aber es gibt dann auch, sag ich mal, drei Teile, wenn man so möchte. Unten in die Mitte, dann läuft ein Fluss außenrum und wir haben die anderen Teile. Und im Gegensatz zu vielen anderen Teilen gibt es halt jetzt erstmal am Anfang keine Brücke. Zumindest ist augenscheinlich keine auf der Karte vermerkt. Man bekommt zwar relativ frühwohl am Anfang den Sprungstab, da komme ich gleich nochmal zu. Aber erstmal ist eine Brücke nicht vorhanden, so dass wir erst einmal unser Zelt in der unteren Mitte platzieren werden müssen. Was ich bei dem Zelt relativ cool finde, wenn es denn auch dann so ist. Denn im Gegensatz zu den anderen Teilen kann man sein Zelt jetzt relativ nahe an den Fluss stellen. Das hat man schon bei einigen Gameplay-Trailern gesehen. Und im Gegensatz zu, sag ich jetzt mal, wo es new lief, wo man ja immer einen gewissen Abstand haben wollte. Sonst wollte der gute Nook uns ja nicht das Haus dort bauen. Scheint es jetzt so, dass wir deutlich näher am Fluss bauen können. Auch aufgefallen ist, dass wir natürlich wieder einen Briefkasten haben. Oder das heißt natürlich, dass wir einen Briefkasten auch am Zelt haben, was darauf hindeuten könnte, dass wir wieder Liebesbriefe schreiben können oder Nettigkeiten an unsere Inselbewohner. Wie sich zu einem guten Animal Crossing natürlich auch gehört, müssen wir auch Möbel bzw. Zelt oder unser Haus ausstatten. Und jetzt ist es erstmals auch möglich, Möbel außerhalb des Zeltes bzw. des Hauses zu platzieren. Was ich richtig geil finde, weil man dadurch natürlich noch eine bessere Atmosphäre schaffen kann. Da freue ich mich schon richtig drauf, ja auch draußen Möbel zu platzieren. Das gibt ja auch, sag ich mal, mit diesen Feuern und diese Sitze und all die es so gibt. Finde ich eine richtig coole Funktion, so dass man nicht nur im Haus, sondern auch außerhalb seines Hauses deutlich mehr Freiraum hat, was die Gestaltung angeht. Neben dem Zelt, was wir am Anfang bekommen, bekommen wir auch das Nook Phone. Das ist unsere zentrale Steuerkommando, möchte ich mal so sagen. Das Nook Phone hat dann unter anderem folgende Funktion. Die Kamera, Nook Miles, Rezepte, Klamotten kann man sich wohl entwerfen, die Karte aufrufen, Multiplayer starten und Inselbewohner anrufen. Wobei mir aufgefallen ist, dass das Nook Phone auf der E3 Treehouse Version bzw. auf dem Trailer ein wenig anders aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass auf der E3 natürlich auch eine E3 Version war. Denn auf dem Phone von dem Trailer kann man noch sehen, dass das Klamottenentwerfen drauf ist und wohl das Multiplayer starten, was auf der E3 eben man nicht gesehen hat. Was ich mich noch frage, man hat natürlich noch verschiedene oder freie Slots frei, wie wir auf dem Telefon sehen. Das ist nicht komplett belegt. Vielleicht kommen wir im Zuge des Spiels bzw. je nachdem, wie weit man sich dann entwickelt bei Animal Crossing, noch weitere Funktionen hinzu. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann wollen wir uns mal die Funktionen vom Nook Phone ein wenig genauer anschauen. Zuerst haben wir natürlich die Kameras. Okay, da können wir Fotos mit machen mit unterschiedlichen Filtern und Animationen. Ist jetzt ganz nett. Nett wäre es auch, wenn man das zum Beispiel sharen könnte mit der Community. So wie es zum Beispiel bei Dragon Quest Builders 2 ist, wer das spielt, schon mal gespielt hat, kennt das ja. Man macht ein Foto und kann dann eben halt über die ID das auch finden. Das ist wohl jetzt noch nicht vorhanden. Finde ich aber gar keine schlechte Funktion an sich. Ansonsten hat man natürlich eigentlich so an der Switch generell auch die Bildschirmaufnahme, wo man mit Fotos machen kann. Am Nook Phone ist es halt eben nur relevant, dass wir da die Filter so ein bisschen ändern können. Das heißt, wir können die Farben ein bisschen unterschiedlicher gestalten und wir können unserer Figur eine gewisse Animation geben, die die ja beim Foto machen ausführt. Nook Mites finde ich auch ziemlich cool, denn durch verschiedene Aktionen, sei es jetzt Bäume fällen, sauber machen, was auch immer, Werkzeuge craften und 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 bekommen wir halt Nook Mites. Diese Nook Mites können wir später eintauschen gegen Aktivitäten. Wurde zumindest auf der E3 so gesagt und auch gegen Gegenstände. Welche Gegenstände das genau sind, weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es einfach auch mal in die Kommentare. Aber auf jeden Fall können wir das für Aktivitäten und für Gegenstände wohl eintauschen. Neu ist ja dann auch das Craften in Animal Crossing und dazu können wir dann Materialien sammeln, Steine, Holz, wie man das halt so bei Crafting-Spielen kennt. Und ganz am Anfang, wo wir noch keine eigene Werkzeugbank haben, müssen wir das in Tom Nooks Zelt machen. Da gibt es eine Werkbank und da können wir dann unsere Sachen craften. Des Weiteren kann man seine Rezepte erweitern. Man bekommt wohl Rezepte von anderen Inselbewohnern, wenn man sich ab gewissem Level mit dem Gut versteht. Aber auch, wenn man Sachen findet. Auch das kann man auch unter anderem auch von Dragon Quest Builders 2. Da fällt in einem ja immer direkt was ein und das ist bei Animal Crossing New Horizons genauso. Denn wenn man dort irgendwas findet, was man kombinieren kann, dann fällt unsere Figur auf einmal ein neues Rezept ein und schon haben wir es im Rezeptbuch. Wie schon gesagt, man craftet dann nachher an der Werkzeugbank, aber am Anfang muss man das halt in Tom Nooks Zelt machen. Später im Spielverlauf scheint es auch so zu sein, dass wir uns eine eigene Werkbank craften können oder wir bekommen die. Ich weiß nicht, wir können uns die kaufen, ich bin mir nicht so sicher. Und bei uns die dann einfach am Haus platzieren oder am Zelt platzieren, um dann einfach unsere Sachen dort craften zu können. Großer Bestandteil wird natürlich auch wieder das Materialien sammeln sein. Und man kann natürlich auch wieder mit der Schaufel gegen die Steine schlagen. Dann fallen aber diesmal unterschiedliche Materialien auch raus. Sowie auch beim Baum, wenn man den fällt, dann fällt nicht eine Baum-Sorte nur ab oder eine Holz-Sorte ab. Sondern ein Baum kann unterschiedlichen Arten von Holz droppen, sage ich mal. Und was ich auch ziemlich cool finde, wenn man ein Loch macht mit der Schippe, die neue Animation, wenn man mit dem Fuß so elegant das Loch zuschaufelt, sieht schon richtig nice aus. Auch ein neues Feature ist, dass wir mit bis zu vier Personen auf einer Konsole spielen können. Und zwar ist es so, dass wir die Voraussetzung haben müssen, dass alle vier Personen, die spielen wollen, auch ein Inselbewohner der Insel sind. Also beziehungsweise auf der Insel leben oder auf der Insel eingezogen sind. Und dann kann man die einzelnen Personen hinzurufen. Das ist wie gesagt bis zu vier Playern möglich, hat dann aber gewisse Einschränkungen. Es gibt nämlich immer dann bei diesen Vieren nur genau einen Leader. Den erkennt man immer daran, dass er so ein gelbes Fähnchen auf dem Kopf hat. Und der Leader macht dann auch, sagen wir mal, kann nur das Inventar öffnen oder gewisse Sachen erst einmal craften. Das können dann die anderen nicht. Aber man kann einfach über Knopfdruck den Lead dann eben halt weitergeben an jemand anderen, so dass der dann eben halt der Leader ist und die gewissen Aktionen durchführen kann. Was mir aufgefallen ist auf der E3, was ich ein bisschen komisch fand, ist, wenn der Leader zur Schaufel wechselt, zum Beispiel oder irgendwas anderes, wechseln die anderen Figuren oder die anderen Figuren in dem Beispiel automatisch auch zu dem. Ich weiß nicht, ob das in der fertigen Version auch so sein kann. Das heißt, ich hole die Schippe raus und alle vier würden dann gleichzeitig die Schippe rausholen. Im Trailer sieht man allerdings, dass die vier auch unterschiedliche Sachen tragen können. Das heißt, der eine geht angeln, der andere hat die Schaufel, der andere fängt halt in den Zeiten einen Schmetterling. Also das wird auch schon wohl so sein, dass man unterschiedliche Dinge tragen kann. Was mich bei dieser ganzen Sachen, oder ich glaube, wir werden das nicht so oft nutzen, ich und meine Kinder, einfach auf dem Grund, weil ich einfach mal sage, die Figuren müssen ja relativ weit zusammen sein. Man kann ja nicht eins drumlaufen, man hat ja eben nur halt diesen einen Bildschirm, denn wenn der Leader außerhalb des Bildes läuft, wo die anderen nicht sind, dann spawnen die anderen automatisch nach einer Zeit direkt wieder beim Leader. Das heißt, man hat nur eine begrenzte Anzahl, einen begrenzten Bereich, wo die vier sich aufhalten können und das stelle ich mir dann doch relativ anstrengend vor und auch irgendwie öde vor. Ja, und dann muss man den einen immer den Leader wiedergeben, damit der was craften kann. Ist vielleicht so ein nett gemeintes Feature, aber ich weiß nicht, ob man das wahnsinnig viel nutzen wird. Bei uns ist es auch so, ist natürlich vielleicht für die Leute cool, die sich nur ein Spiel kaufen wollen und mehrere Leute in der Familie haben, das zusammenspielen wollen. Okay, bei uns wird das definitiv mal dann ausarten, dann würde ich nie wieder an die Konsole kommen, wenn wir nur ein Spiel hätten für dieses, oder uns ein Spiel zulegen würden für eine Konsole. Und ob ich dann mal mit meinen Kindern so zusammenspielen würde, glaube ich nicht, dann eher wahrscheinlich über den Multiplayer-Mode. Wenn der Multiplayer-Mode ist, richtig cool. Bis zu acht Leute können nämlich dann auf die Insel eingeladen werden, beziehungsweise sieben Leute können eingeladen werden und dann der achte ist man ja dann eben selber. Voraussetzung dafür ist, dass man Nintendo online haben muss. Und das ist so eine Funktion, wo ich mich mega drauf freue. Ja, vor allen Dingen, wenn wir dann natürlich unsere Animal Crossing Streams machen, die wir machen werden, dann werden wir so Community Streams machen. Und dann können wir mit euch meine Insel verschönern, was ich ziemlich geil finde. Der Nachteil wieder beim Multiplayer ist natürlich, dass die Switch heute, oder Nintendo es bis heute nicht geschafft hat, ein Voice-Chat einzubinden in ihren Nintendo Online-Service. Ich gehe auch mal nicht davon aus, dass Animal Crossing das bereitstellen wird, weil es gibt ja schon Spiele auf der Switch wie Fortnite, wo ein Voice-Chat geht. Aber da wird es eben halt von Epic Games supported und nicht von Nintendo. Das heißt, man wird wieder auf andere Dinge wie Discord oder sonstiges zurückgreifen müssen, um sich miteinander zu reden. Es gibt natürlich noch die ganz tolle Nintendo-App, wo das auch funktionieren würde. Die App finde ich eine Katastrophe. Ich habe sie auch einmal kurz installiert und wieder deinstalliert. Finde ich auch richtig schade. Das ist was, wo Nintendo definitiv dran arbeiten muss, an einem Party-Voice-Chat für die Nintendo Switch. Dann der größte Kritikpunkt, da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich nochmal hier oben. Es wird kein Cloud-Safe geben. Also zumindest ist es aktuell so, dass es kein Cloud-Safe geben wird. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was es ganz genau heißt. Das heißt, Speicherstände von Animal Crossing werden im Systemspeicher abgelegt. Und es gibt ja normalerweise die Cloud-Funktion im Nintendo Online-Service, dass Daten eben halt in der Cloud gesichert werden. Falls euer Gerät kaputt geht oder eben halt gestohlen wird oder was auch immer, dass ihr eben halt eure Spielstände gleich wieder synchronisieren könnt und nicht wieder von neu anfangen könnt. Aber genau das ist eben bei Animal Crossing nicht gegeben. Ähnlich wie bei Pokémon wird es eben halt keine Cloud-Safe-Funktion geben. Und man hat auch keine weitere Möglichkeit, seinen Spielstand zu speichern. Das heißt, geht die Nintendo Switch kaputt oder ich verliere sie oder was auch immer, dann ist der Spielstand von Animal Crossing weg. Wissen wir alle, dass das ziemlich doof ist und im heutigen Zeitalter eigentlich nicht mehr vorkommen kann. Aber so ist momentan Nintendo noch, so ticken sie momentan noch. Vielleicht wird sich das ja in Zukunft mal ändern. Ansonsten sind mir so ein paar andere Sachen noch, Kleinigkeiten aufgefallen, die man nochmal ansprechen kann. Es wird wieder auch wieder Fossile geben. Das sieht man glaube ich im Trailer, wo Fossile ausgegraben werden. Wo man die ganz genau dann wieder analysieren lässt oder abgeben kann oder was auch immer. Ist mir bis heute jetzt auch noch nicht ganz klar, aber da wird es schon irgendwas geben. Dann gab es mal auf Twitter von Animal Crossing oder von Nintendo, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt gepostet hat, mal ein Banner zu Animal Crossing. Und da hat man im Hintergrund auch wieder die Brücken gesehen. Das heißt, es wird wohl auch Brücken wieder bei Animal Crossing New Horizons geben. Wobei ich gesagt habe von Anfang an, dass ich mir das eh nicht vorstellen kann, dass es keine Brücken gibt. Und dann macht man Fuss drumherum und wie nur mit dem Sprungstab kann ich mir halt eben nicht vorstellen. Also für mich war es eigentlich relativ klar, dass es sowas wie Brücken geben wird. Die gute Melinda ist natürlich auch wieder am Start. Und es war glaube ich auch ein Foto auf Twitter oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wo man Melinda im Dress von Nook sehen konnte. Also mit dem Logo. Wird wahrscheinlich wieder irgendeine Funktion da haben. Ganz genau weiß man es natürlich noch nicht. Auf jeden Fall ist Melinda wieder am Start. Auch der gute Mr. Resetti, den man ja eigentlich nicht mehr benötigt für Animal Crossing New Horizons, ist aber auch wieder mit dabei. Hat man zumindest bestätigt. Aber auch hier, welche Funktion Mr. Resetti genau einnehmen wird, weiß man nicht wirklich. Richtig gut, wie fallen mir auch die ganzen Bäume. Also es gibt ja Jahreszeitenwechsel und das Wetter ändert sich. Es gibt dann mehr Wind und wie die Bäume darauf reagieren, die Schatten und alles. Auch wenn es regnet, dass die Kleidung so nass wird, beziehungsweise diese Coats auch so ein bisschen glänzen. Wirklich richtig geiles Grafik. Also wirklich macht einfach Spaß, das anzuschauen und dass man ja auch Bäume umgraben kann. Für die ganzen Umweltaktivisten ist das natürlich super. Wir brauchen sie nicht mehr umfällen, sondern wir können sie einfach ausgraben und an einem anderen Ort einpflanzen. Ja, was will man mehr? Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich wahnsinnig freue auf den 20. März. Und wie gesagt, hier auf dem Kanal wird es auf jeden Fall Let's Play geben. Wir werden definitiv einige Streams zu Animal Crossing machen. Gerade am Anfang, glaube ich, werde ich da einiges bringen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich bin raus. Haut rein. Ciao. Ciao. 牛.